Okay. Oh mein Gott! Hallo Leute und Damen und Herren! Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal! Heute bin ich in meinem krassen, wirklich mega krassen Beach House am Strand, Leute. Aber heute bin ich aufgewacht und habe das hier gesehen. Und zwar vier Häuser vor meinem Häuschen mit dieser Kiste. In dieser Kiste befinden sich Waffen, Munition und Granaten. Und ich habe davon geträumt, dass in irgendeinem von diesen Häuschen Diamanten sind. Aber nicht nur ein paar Diamanten, Leute. Mega viele Diamanten. Und wie geil wäre es denn, wenn wir unser Haus mit Diamanten ausstatten können? Ich meine, hallo? Auf jeden Fall, Leute, werden wir heute diese vier Häuser erkundschaften. Ich weiß nicht, ob in einem Haus Diamanten sind, ob in allen verteilt Diamanten sind. Ich weiß nur, dass wenn wir sterben, wir ein echtes Problem haben. So Leute, ich würde sagen, wir nehmen uns mal die ganzen Waffen raus, die Munition und die Granaten. Und ich würde sagen, wir laufen gar nicht lang rum, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, nicht vergessen, kostenlos zu abonnieren und die Glocke anzudrücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir legen los. Okay Leute, welches Haus nehmen wir? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ich würde fast sagen, das hier sieht am schönsten aus. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Leute, ich habe mir nochmal ganz kurz eine Schaufel und eine Spitzhacke gemacht, damit wir hier besser zurechtkommen. Ich würde sagen, ich lasse euch mal überraschen. Ich habe keine Ahnung, was hier unten ist. Okay. Oh mein Gott! Da waren keine Diamanten. Holy Shit! Vor allem, das war mega unfair, weil man hat einfach nicht gesehen, was da unten war. Ich hüpfe da rein und auf einmal sind da die Creeper und die gehen direkt hoch. Total unfair! Jetzt sind meine Waffen und alles weg. Okay, das sieht echt schlecht aus. Da ist wirklich alles hochgeflogen. So Leute, wir holen jetzt nochmal ganz kurz die Waffen wieder und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Das kann eigentlich nicht so schwer sein. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass eine Haus hier draußen und das war es nicht. Das hier lassen wir jetzt mal aus. Wir machen das auf einer ganz anderen Seite. Okay Leute. Ah, ich habe die Werkzeuge vergessen. So, eine Schaufel und eine Dings. Oh, ich habe meine Dings mit. Ah! Okay, let's go. Die Türen sind schon auf. Ich bin mal gespannt, Leute. Okay. Mal gucken, was sich hier befindet. Ich höre auch nichts. Scheinbar sind meine Sounds aus, aber das ist auch ganz gut, weil sonst würde ich ja wissen, was da ist. Möchte ich da reingucken? Oh mein Gott. Ich sehe Spinnen. Ich sehe eine Spinne. Oh mein Gott, sie hat mich direkt gehittet. Sie hat mich direkt gehittet. Okay, vielleicht kann ich... Okay, sie ist down, sie ist down. Ich sehe richtig viele. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Okay Leute, ich habe mir noch mal ganz kurz andere Munition geholt und was gegessen. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier hin. Da unten ist eine Spinne. Das sind mega viele. Oh mein Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ich schaue mal, ob wir einen Granaten... Ja, wir haben einen Granatenwerfer. Geil. Vielleicht können wir das da reinwerfen erstmal. Oh scheiße. Oh kacke. Leben noch, Spinnen. Oh, da sehe ich noch eine. Ah, leider sind... Oh, ich muss das mal zumachen da. Oh mein Gott. Ah. Leute, das ist hier ein riesiges Abenteuer. Okay, wir ballern einfach mal drauf los. Okay, ich hoffe... Oh mein Gott, Leute. Das ist... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Leute, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr? In welchem Häuschen befinden sich die Diamanten? Okay, die ist tot. Da ist auch noch eine. Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Nachladen erstmal. Oh, oh, oh mein Gott. Die kommt hier hoch. Die kommt hier hoch. Ich hab sie. Ich hab sie. Oh mein Gott. Sind das alle? Ne, da ist noch ein Bein. Wieder nachladen. Nein. Oh mein Gott. Sind das noch viele. Aber Leute, wir wissen jetzt, dass die Dias nicht dort sind. Okay, Leute, wir holen uns jetzt mal... Okay, wir haben hier eine Riffle und dann nehmen wir das mal mit und natürlich das und das. Leute, wir wissen ja jetzt, dass in diesem Häuschen auch keine Dias sind, weil ich bin ja runtergefallen und das sieht auch nicht so aus. Wir machen das mal wieder zu, weil da wollen wir nicht mehr rein. Okay, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Entweder das grüne oder das hier. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ich versuch's einfach mal. Wir hoffen mal auf unser Glück, Leute. Okay, okay, okay. Augen zu und durch. Oh nein. Oh mein Gott. Schaut euch mal an, wie viele Zombies das sind. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich bin ja mal gespannt. Okay, aber wir machen gut Damage mit dem Ding. Wir ballern jetzt einfach mal drauf los, Leute. Wir ballern jetzt einfach mal drauf los. Wir müssen leider nach jedem Schuss nachladen. Oh mein Gott, Leute. Ich hol mal noch ein besseres Gewehr, Leute. Damit wir ein bisschen schießen können. Zack, das runter und das runter. Bam. Okay, wir ballern jetzt einfach drauf los, Leute. Ich hab keine Ahnung, ob das was bringt. Aber ein paar Zombies gehen schon drauf. Oh mein Gott, das ist so eine Zombie-Pvp-Ära oder was auch immer hier. Das ist richtig krass. Leute, schaut euch das mal an. Oh man. Da ist noch eine Spinne. Da muss ein Loch gewesen sein, Leute. Oh mein Gott. Da muss ein Loch gewesen sein in diesem Häuschen, dass die Spinne nach da gehen kann. Ich werde beknackt, Leute. Leider können wir jetzt noch nicht sicherstellen, ob die Diastar oder da sind. Wir müssen jetzt noch die Zombies killen, die hier sind. Oh, da ist die Spinne. So, die ist down. Die ist down. Oh, da ist noch ein Zombie. Ich mag aber leider jetzt auch noch nicht runtergehen. Okay, da haben wir eine Spinne noch. Die muss auf jeden Fall tot. Ich hol noch mal Munition. So, da haben wir sie schon. Let's go. Da müssen wir nachladen. Zack. Oh, da kommt eine Spinne. Da kommt eine Spinne. Bäm. So, das laden wir noch eben schnell kurz nach, Leute. Ich bin echt gespannt, ob hier hinten Dias sind oder nicht. Bäm. Na, da ist noch ein Zombie. Den kriegen wir aber gut weg. Yes. Oh, da ist noch eine Spinne. Da ist noch eine Spinne. Da ist eine Spinne. Ja, die ist tot. Da ist auch noch eine Spinne. Auch tot jetzt. Okay, Leute. Eigentlich müsste. Es müsste... Oh, da ist noch eine Spinne. Da ist eine Spinne. Oh Gott, ich bin richtig gespannt, Leute. Soll ich runter droppen? Ich weiß es nicht, Leute. Was soll ich tun? Okay. Ich, ich wage es einfach. Wir müssen ja auch nur sehen, ob da Dias sind oder nicht. Oh, da ist noch ein Baby-Zombie. Hallöchen. Na, du kleiner Fratz. Oh, yes, Leute. Wir können hier ein bisschen was abbauen. Oh, da ist zum Beispiel eine Spinne. Da war noch ein Baby-Zombie. Da eine Spinne. Okay. Okay, wir haben alles gekillt, Leute. Und hier sind... Oh mein Gott. Oh. Holy shit. Aber hier sind auch keine Dias. So eine Sch***. Also haben wir doch tatsächlich... Oh, dann sind sie hier drin. Dann müssen sie eigentlich hier sein. Oh, ein Slime, 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 Slime. Okay, Leute. Eigentlich müssen... Müssen die Dias jetzt hier sein. Es ist eigentlich... Es darf gar nicht anders sein. Okay, Leute. Ich bin gespannt. Wenn sie jetzt hier auch nicht sind und ich wieder sterben sollte, dann wurde ich mega geprankt. Oh mein Gott. Yes, Leute. Diamanten für uns alle. Woo. Ich habe Diamanten. Denn Diamanten sind ganz cool. Yeah. Leute, wir haben Dias. Geil. Nice. Oh, wie cool. Jetzt kann ich mein ganzes Haus dekorieren. Ist ja nice, Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns dann wieder auf den Weg nach oben. Wenn ich noch mehr Dias brauche, weiß ich ja, wo ich die finden kann. So, Leute. Ich würde sagen, diesen Häusern haben wir es komplett gezeigt. Und wir können jetzt nochmal eins machen. Hier sind ja noch die ganzen Spinnen. Leute, Achtung. Da sind noch ganz viele. Da machen wir jetzt mal eins. Wir holen uns einen Granatenwerfer aus der Kiste mit Granaten und sprengen die komplett weg. So, Leute. Den Granatenwerfer haben wir jetzt. Und ich würde sagen, da unten sind sie schon. Boot. Oh mein Gott. Nachladen. Bam. Nachladen. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Stirb. Oh mein Gott, Leute. Okay, da kommt noch viel mehr. Da kommt noch viel mehr. Oh mein Gott. Okay, die haben wir auch. Let's go. Oh mein Gott. Wir sind gleich tot. Scheiße. Da hinten sind noch welche. Zack. Leute, ich glaube, wir haben alle. Nice. Level complete. Beat. So, Leute. Und wirklich, es ist mega geil. Wir können jetzt. Oh, hier haben wir noch eine. Achtung. Bet. Wir können jetzt, Leute, so viele geile Sachen im Haus hinzufügen. Das wird richtig geil. Auf jeden Fall, Leute. Zeige ich euch die Veränderung im nächsten Video. Und würde sagen, Abmoderation. Ich würde auf jeden Fall sagen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden jetzt hier. Schaut euch das mal an. Wir haben die erst bis zum Gehtnichtmehr. Woo. Auf jeden Fall, Leute. Das Ganze war jetzt so ein bisschen angelehnt an. Wähle nicht das falsche Haus. Oder wähle nicht den falschen Raum. Ich hoffe, dieses Konzept hat euch gefallen. Ich habe eine kleine Story mir dazu überlegt. Ich fand es eigentlich ganz nice. Schreibt mir dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin.